Herr und Meister, in der Schöne wächeln sich jeder hoch, das Menzen, Herr und Meister... Boah, schon wieder sein Adblocker. Also Freunde, dänischen Brot zum Adblocker ausschalten. Hallo und herzlich willkommen auch mal von mir mal wieder in der Aufnahme. Ich meine, das ist mittlerweile drei Monate her, wo ich die letzte Aufnahme hatte. Aber ich sah da im Moment, ja, Sinn drin will ich nicht sagen, aber wie das halt so ist. Ein bisschen real life und weiter und so fort. Aber ich will euch auch nicht vorenthalten, was ich hier tue, wo ich hier bin und wen ich auch noch mit hier dabei habe. Beziehungsweise, der Ralf müsste seine eigene Aufnahme gestartet haben. Hallo Ralf. Hi, grüß dich Stefan. Ja, ich grüße auch mal alle Zuseher vom Stefan und Hörer und so weiter. Ja, hier auch von meiner Seite. Ich lasse hier heute einfach mal nur so beiläufig mitlaufen. Denn, ja, meine Sachen habt ihr ja schon gesehen. Also von daher geht es heute eigentlich mehr drum, um die Sachen bei Stefan. Das heißt, ihr solltet dann natürlich auch, wenn ihr das Video bei mir schaut, vielleicht das Video beim Stefan schauen. Weil ansonsten seht ihr leider nicht, was er da Neues macht. Ja, genau. So, was habe ich hier gemacht? Erstmal, wo befinden wir uns hier? Wir befinden uns immer noch auf dem Donkey Kongi Skyblock Server. Und sind heute mal auf meiner Insel und nicht auf Ralfs Insel, die da unten oder da hinten ist. So, ich zeichne euch erstmal die obere Etage. Hier so in den letzten, ja, ich glaube zwei Monate schwimmen wir das, glaube ich, knapp, ne? Kann das sein? Oh ja, das ist schon eine Weile her, ja. So, das hier sind noch die Rinnen. Hier hätte ich vorher nicht in den Baumfarm stehen gehabt. Das ist aber nicht mehr. Da abgerissen. Aber das habe ich alles nach unten befrachtet. Da kommen wir aber später noch in. So, hier haben wir eine Nesserwarzenfarm. Für anfänglich Eisen, aber das geht auch einfacher. Das zeige ich euch auch noch. So, kommen wir mal rein in die Gütestube. Hier habe ich noch so ein kleines Fältchen stehen. Mit Getreide und Zuckerrohr und so ein Blödsinn. Hier so ein paar Kürbisköpfe. Erste, erste Truhe Eier, zweite Truhe Eier. Doppeltruhe, versteht sich. Hier, wenn, hier, wenn die erzeugt, da ist auch schon wieder fast halb voll. Er will irgendwann mal Eierlikör machen. Ja, genau. So, dann. Hier. Puppelstor, oder Gleanstone Generator. Gar nicht eingeschaltet. Ich zeige euch erstmal den Aufbau. Der ist für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Sehr schön mit Glas gemacht, damit ihr auch seht, wie es funktioniert. Mit Laber drin, Pulpen, rechts Wasser, links Wasser. Die Glock, die dazu gehört, die auch funktioniert. Dann baut der Gleanstone. Aber es geht noch effektiver. Das zeige ich euch auch nochmal. So, hier haben wir so ein Carting Table. Bücheregalen dran. Meine Bücher. Glowstone, wenig Glowstone, weil es ist ja so schwer zu farmen, hier. Also diverse Tricks, aber die verrate ich euch jetzt nicht. Wie man da ganz leicht, dann ganz schnell an Glowstone kommt. Wie, hier gibt es Tricks, um an Glowstone zu kommen? Das sagst du mir jetzt erst? Ja! Ich habe das halbe Nether umgegraben, um an Glowstone zu kommen. Ja, ja, wir haben oft genug an der Decke gegangen. Ja! Also für die Leute, die bei mir hier schauen sollten, ich versuche mich hier gerade im Hausbau mit einem Dach. Also ich habe auch ausnahmsweise heute mal Vollshader drin, weil ich fand das irgendwie schick. Auch wenn jetzt vielleicht im Video, wenn es dunkel wird, nicht ganz so viel zu erkennen ist. So, hier haben wir ein paar diversen Kisten. Praktisch hier oben habe ich praktisch gestartet. Hier habe ich so ein paar Öffnen hingestellt und sowas. Hier ist noch der Grundgestein, wo ich mich damals runtergebaut habe. Da oben gehen wir jetzt nicht. Das ist unsinnig, da ist nicht viel. Ich habe da oben übrigens noch meine erste Fackel stehen, ne? Ja, hast du die immer noch stehen? Na klar, die halte ich auch in Ehren. Hier habe ich dann nur ein paar Schäfchen, ein paar Kühe, ein paar gefärbte Schäfchen schon dabei, aber das sind nämlich nicht alle Farben. Da sehe ich im Moment nicht ein, irgendwie mit Schafen zu arbeiten. Das ist ein Teil einer Quest, die man auch teilweise öfter machen kann. Die Faulheit siegt. Genau, aber das kann ich euch mal zeigen. Wenn Faulheit doch so schlecht ist, zeige ich euch das mal. S-IS ein. Zeige ich euch mal die Top-Listen des Servers. Was ihr da seht, ist ja wohl eindeutig, ne? Eindeutig Faulheit. Und wie weit sich unsere Faulheit entwickelt hat, da komme ich gleich nochmal zu. Wenn ich hier so neben der Monster falle... Was ich ja hier so tragisch finde auf diesem Server hier, spielen so viele Leute. Wenn man einfach mal Tab drückt, es ist nie einer da. Genau. Ihr seht, wir sind zu zweit hier. Wie gesagt, es ist ein Public-Server, hier kann jeder drauf. Kann jeder auch spielen. Zeige ich euch jetzt mein Allerheiligstes. Meinen kleinen Raum. Ach, ich zeige euch den. Gut, vorschlagen, wer eine Sonnenbrille zur Hand hat, sollte jetzt eine Sonnenbrille aufsetzen, weil er wird gleich vor diesen Strahlen sich die Augen verätzen oder wie auch immer. Nein, Spaß beiseite. Ich war ein bisschen kreativ. Diamanten sind hier total schwer zu kriegen, wie ihr sehen könnt. Oh ja. Das ist hart. Echt hart. Das ist wirklich eine Geschichte. Deswegen konnte ich nicht an, dass ich musste es als Baublock verwenden, um diesen schicken Raum zu kreieren. Das ist ungefähr genauso schwierig wie Glowstone. Ja. Also, wie man das macht, serviert. Mache ich jetzt nicht, es ist eine Quest. Verrate ich, es ist eine Quest. Ich würde sagen, wir verraten das, wenn wir den Insell-Level von 5000 überschritten haben, oder? Selten davon. Da können wir auch machen. Also, nächste Woche. Ja, wahrscheinlich. Ja, also viel länger wird es nicht mehr dauern, denke ich von aus, weil ich weiß jetzt gar nicht, wie sieht es denn überhaupt aus momentan? Ich habe jetzt bisher noch nicht aktualisiert, das mache ich jetzt auch mal. Ich wäre jetzt bei 4200, also 800 noch. Ich bin bei 4143. Gerade wurde eine andere Zahl angezeigt, das war aber auch nur, weil ich die eigentlich nicht aktualisiert hatte. Hier kommt so eine kleine, ja, so ein kleiner Übergang. Hier kommt praktisch noch mal eine Brücke hin, wenn man das so will. Zum Herrn Meisten darüber. Aber ich will jetzt hier noch nichts bellern. Und da zeige ich euch alles gleich noch, weil wir gehen ja auch noch immer nach unten. Da muss ich ja auch noch Brücke bauen, ne? Ja, ich gucke mal, wie weit ich bin. Und dann weiß ich ja, um so was meine Höhe. Ungefähr die Höhe sagen. Ich bin hier bei 86, finde ich. So. Hier kann man ein Monster klopfen. Falsche Stufe. Jetzt nicht bumm macht. Und dass es hier auch so schwer ist, an Diamanten zu kommen, deswegen habe ich auch nur noch Diamantwerkzeug. Ups, hat auch bumm gemacht. Naja. Gehen wir mal weiter runter. Ach, ich glaube ich, nehmen wir diesen Ausblick schon mal. Hier sieht es schon mal ein klein bisschen was. Was man so macht, wenn man Zeit hat. Den könnt ihr noch nicht, weil ich noch nicht alles aufgebaut habe. Aber es wird groß. Ich hätte gesagt, dass ich ziemlich dusselig bin, was das Dachbauen betrifft. Nee, hast du noch nicht gesagt. Aber jetzt hast du es gesagt. Es macht übrigens einen ganz riesen Sinn, ein Dach von außen zu bauen. Wenn man nachher auf dem Dach steht. Ja. Und nicht mehr runterkommt. Hier ist mein Fallgruben-Teich. Oder auch Schleimfang-Teich. Wie auch immer. Weil ich habe hier das Glück, oder auch Fluch ist das, hier jede Menge Slimes zu haben. Das ist hier, wie ihr sehen könnt, Höhe 27. Ich habe mich auch runtergebaut bis auf Höhe 1. Das zeige ich euch mal im Kurz. Also ich finde das schon irgendwie inzwischen als Fluch. Ja, das ist ein Fluch mittlerweile. Das ist ein Rennerfluch mit den Slimes. Aber wie gesagt, ich habe auch noch mal bis Höhe 1. Einfach nur, weil es geht. Und hier seht ihr schon mal ein bisschen Grundfläche. Das war die Decke meiner Grundfläche. Oh, ihr seht ja auch die ganzen Baufehler, die ich hier zwischen habe. Von da oben. Oben sieht es besser aus. Von oben, ja. Ja, von oben sehen die Baufehler nicht so krass aus. Wenn ich mir da unten so die Decke angucke. Hm, spinn. Fuscher, Fuscher. Hm. Ich wusste, dass die Stufen wieder nicht reichen. Gebe ich auch noch mal einen Cleanstone-Generator gearbeitet. Aber es geht noch effektiver. Weil hier muss ich dran stehen und block, 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 block. Macht das Ganze so. Mit dem Wasser-Stream läuft das alles hier in die Flüge rein. und hier werden sie aufgesammelt. Aber. Aber, aber. Dieser Klotz hier. Dieses monströse Teil, was eigentlich relativ klein ist, so groß ist es gar nicht. So wuchtig aus, wie ich das verkleidet habe, damit mir nicht alles hier so durch die Gegend glipscht. Hier anfangen zu rattern. Wie man sieht, sieht man hier nichts außer dem Lichter. Also zwei ohne Truhe. Ist auch schön gefüllt. Da sind auch dementsprechend Speedzacken drin. Ich nehme dann extra mal die Gute raus. Hier an den Block und gibt Vollgas. Wie gesagt, das geht hier teilweise so schnell, so schnell kann ich die gar nicht zerkloppen. Bauanleitung findet ihr bei YouTube oder auch auf den Einschlägigen Seiten, wie man sowas baut. Oder zur Not für mich anschreibt, den sagt, sage ich ja auch, wie es geht. Oder wo ihr das findet. Relativ einfach. Können wir gleich mal so von vorweg sagen. Wirklich relativ einfach. Ich zeichne euch mal so oben, dann kann ich euch mal den Aufbau zeigen. Hier oben läuft eine Glocke lang. Was die Pisten bewegt. Unter dieser Spur befinden die Lava. Hier drunter. Unter diesem Block ist eine Lage Wasser. Deswegen funktioniert das so. Dementsprechend wird das richtig eingestellt. läuft sie dann auch schön langsam kontinuierlich durch die Glocke. Und meine Golems, die ich mir angeschafft habe, wegen meinen ganzen ... ... ... ... ... nicht hochklettern. Man, die Gavade gehoben. Kaptein. Auch für eine Quest. Ein paar Bäumchen. Und... die hier, die hier, sind lästig. Bei weitem lästig. Also sehr, sehr lästig sogar. Hätte jetzt auch schön gefallen an mir. Da laufen wir jetzt die ganze Zeit hinterher. Den Rundgang mache ich jetzt hier mal so. Ja, da komme ich gleich zu. Ich fange jetzt erstmal hier hinten an. Ein bisschen Lauferei jetzt hier. Weil meine Insel ist halt nicht so klein. Obwohl, da steht gar nicht viel drauf. An Gebäuden steht hier gar nicht viel. Es ist hauptsächlich viel Fläche, was ich hier gebaut habe. Naja, und der eine Raum, der macht es halt. Der eine Raum, der macht es halt. Das ist irgendwie... Ich stehe weit genug weg von meinem. Also bei mir fällt es nicht so auf. Ja. Hier geht es zum Herrn Meister. Wie gesagt, wo wir jetzt hier auf dem Skyboard angefangen hatten, war das ja wirklich porus Glück, dass wir wirklich nebeneinander waren. Dass wir dann doch ziemlich schnell den Trick raus hatten, wie man sich hier zu den Nachbarn baut. Da gibt es dann den Trick, wo ich ruhig verraten, das geht mit Pisten ganz einfach. Man baut wirklich bis zu seiner Grenze. Den Rest, den schiebt man mit Pisten rüber. Das machen beide, jeweils auf seiner Insel, auf der jeweiligen Insel. Gleiche Höhe, ja, gleiche Koordinaten halt, nur halt entgegengesetzt. Gibt sich praktisch gegenseitig die Blöcke zu, weil zwischen den beiden Inseln ist alles protected. Sprich, man kann hier keinen Block mehr abbauen. Mein Nachbar kann das auch nicht. Richtig. Und das ist halt eben... Ja, die Pisten schieben ja eine gewisse Entfernung und somit ist es eigentlich überhaupt gar kein Problem, das denn zu machen. So, das nächste Bauvorhaben, was ich schon angefangen habe oder realisiere im Moment. Ein Baufehler. Darauf eben auch. Ich habe einen Baufehler. Ja, wieso? Ich habe meine Laternen hier falsch gesetzt, beziehungsweise die Fläche vor dem Haus, was ich hier gerade gebaut habe. Ups, na, es hat auch kein Crafting-Tabel hin. Äh, habe ich irgendwie was falsch gesetzt. Das passt nicht. Auf jeden Fall das nächste Bauvorhaben, was ich hier auf alle Fälle jetzt erreichen will und dann würde ich mal gucken, was ich überhaupt mit der ganzen Fläche hier mache. Habe vor, meine komplette Insel, das sind 300 mal 300 Blöcke, Länge wie Breite, auszubauen. Sprich, auf der Höhe, wo wir uns jetzt hier befinden, riesengroße Fläche realisieren. Was ich da mit der Fläche anfange, weiß ich noch nicht, aber ich will sie halt haben. Ich sag mal so, was man hat, hat man, ne? Genau. Den äußeren Rahmen habe ich schon. Jetzt bin ich mittlerweile schon dabei, mich das alles zu schließen. Das ist ein herrnloses Schweinchen, was hier irgendwo von sich aus gespawnt ist. Dieser Shader ist ja schön, wenn er nicht so ganz hakeln würde, ne? Ja. Mann, ist die Laterne hässlich geworden. Oh, na, egal. Hier der große Streifen, den ihr hier seht, das ist kein Leuchtfeuer, sondern das ist mein Wegpunkt. Dann habe ich freien Fall genannt, das habe ich hier auch gelesen. Das ist, der führt direkt in meinen Teich rein. Ganz oben, da ist ein Loch im Boden, wenn ich mich da fallen lasse, lande ich direkt auf dieser Ebene im Teich. Was ihr da seht, beim Ralf, das ist ein Leuchtfeuer. Da habe ich aber bisher noch keinen Sinn drin gesehen, mir auch einen anzuschaffen. Obwohl er günstig ist. Naja, günstig in Anführungsstrichen, ne? Ich sage auch mal so, es gibt hier günstigere Dinge. Lass mich da jetzt anders ausdrücken, für uns beide ist der günstig. Günstiger, ja. Ja, weil wir die Ressourcen haben, praktisch das Spiel hier verstanden haben, oder die Questen verstanden haben, schauen wir uns mal so aus, dass es nicht teuer ist, sowas zu realisieren. Weil nicht mehr so teuer ist. Ich glaube zwar auch noch, bis man seine mündtötigen Sachen zusammen hat, aber hält sich im Rahmen. Ich sage mal so, diese ganze Skyblock-Geschichte ist meines Erachtens einfach nichts anderes als eine gewisse Geduldsfrage. Und ja, ich sage einfach mal ein bisschen Ausdauer. Und ich meine, wir sind beide nicht mehr die Jüngsten, sage ich jetzt einfach mal so. Und ja, ich sage mir mal einfach, ich sage jetzt mal ganz böse, die Jugend von heute hat einfach beim besten Willen keine Ausdauer mehr, um, ja, ich sage einfach mal, auf gewisse Dinge zu warten. Das muss alles immer sofort da sein. Und ist das nicht sofort da, kannst das alles gleich knicken. Und es ist alles gleich Mist und Kacke. Jetzt mal ganz böse auf Deutsch gesagt. Und somit joinen sie. Gucken. Hier falle ich herunter. Hier finde ich nicht sofort Dias. Hier ist nicht das, was ich brauche. Nee, das mache ich nicht mit, das Spielchen. Da klopfe ich drei Steine. Oh toll, ich habe ein Erfolg erzielt. Supi. Und das war es dann gewesen. Ja, du wirst es auch. Aber davon abgesehen, bei mir ist unten eine Kugel spawnt. Ja, das ist ab einer gewissen Fläche, spawnt die von alleine. Gewisse Fläche. Ja, gut. Also du müsstest schon eine gewisse Fläche erreichen. Du müsstest also eine gewisse Fläche erreichen, dann spawnt das Viehzeug da von alleine. Ich habe also schon diverse Schafe hier unten erschlagen. Ja, die habe ich auch hier rumlaufen. Aber die Kuh ist neu. Die hatte ich noch nicht. Aber erstreckt unsere Zuschauer nicht. Die denken auch immer, die müssen so eine große Fläche haben, damit hier alles von alleine spawnt. Na, so ist es ja nun nicht. Aber ich sage mal, es ist halt, ja, es geht nicht von jetzt auf gleich. Und Skyblock ist, sage ich mal, immer mit ein bisschen Arbeit verbunden. Das ist nun mal so. Gehen wir mal zum Ralf rüber, dann können wir uns meine Insel nochmal spoilern. Seine Seite angucken, können wir auch nochmal kurz rüberlucken, was er so tut. Ein Schwein hat er hier. Der hat auch ein Schwein hier. Das darfst du gerne erschlagen oder runterschubsen. Nein. Nein. Dann stelle ich das zu meinem Schwein. Dann mache ich mehrere Schweine. Dann machen die Schweinereien. Höh. Oder piep. Also ich habe, wie gesagt, was an Schweinen hier auf meiner Insel rumlungert, das erschlage ich grundsätzlich, weil das ist mit eins der unnützten Tiere überhaupt. Ja, die Schweine sind wirklich nur für Fleischproduktion. Ja, Tauge finde ich nicht. So, und da ich hier bei mir sowieso im Prinzip ja eigentlich fast alles zu 99% automatisiert habe, ist ein Schwein nicht mal mehr ein Nutztier. Ja. So, gucken wir mal, was ist er denn überhaupt, die Seite. Ich bin hier hinten auf der Freifläche, wo ich die neue Grasfläche anlege. Und baue mir gerade ein Wochenendhäuschen. Bei zwei Golems, der eine der, jetzt seht ihr mal, für was wir hier Golems haben. Wuuu, bitch. Alle rübergeschmissen. Tun sie wissenfalls mal was. Ja, mir Slimes auf den Hals setzen. Na, das ist doch okay. Besser dir als mir. Ich sag euch alle. Schleimwelle. Aber die XP gehören mir jetzt. Dafür habe ich auch was getan. Was denn, hast du im Weg umgestanden? Super, ich seh dich nicht mal. Was ist denn? Hier bin ich. Komm mal. Seh dich gar nicht. Welchen Weg kommst du denn? Innen oder aus? Ach da. Was baut er denn hier? Alles, wo ich es können. Ja, das ist, wenn man Langeweile hat. Aber die Slimes, die kannst du behalten hier. Na toll. Super. Die brauche ich jetzt im Moment nicht. Ja, genau. Ja, genau. Die jetzt auch behalten können. Du hast hier zufällig Half Slaps dabei, ne? Hier in Stufenform, meine ich. Ein Gabelstone. Zwei Blöcke habe ich. Super. Nutzen ist leer. Toll. Damit kann ich nicht mal Half Slaps machen. Hier. Was wir noch haben konnten, das wären zwei Pfeile. Kaputter Bogen. Ach. Obwohl, Ei. Schade. Hier werden keine Eier auf den Fußbogen geschmissen. Sonst müsste ich leider hoch... Ist mir aus der Hand gefallen. Sonst müsste ich leider mal hochgehen. Ja, das Spielchen, das hatten wir schon öfter gemacht. Ich brauche da nämlich leere Truhen, weißt du? Obwohl, sollen wir uns verraten? Mhm. Vielleicht guckt hier einer der Admins zu. Meinst du, sollen wir uns verraten, was wir hier schon so veranstaltet haben? Das wissen die doch sowieso. Das ist doch das. Ja, im Grunde genommen wissen sie es. Weil ich fände das... Also ich muss ja sagen, ich fände das echt klasse, wenn sich überhaupt mal irgendwer, diese Admins, mal hier auf dem Server blicken lassen würde und mal die Questen reparieren würde. Denn ich sage mal, die Quest kulinarisches Buffet, die könnte auch dem einen oder anderen Neueinsteiger eine sinnvolle Quest sein, weil es da nun mal auch Smaragde für gibt. Und sobald man die ein zweites Mal abschließt, wird man regelrecht beschissen, auf Deutsch gesagt. Denn beim zweiten Mal werden einem fünf Smaragde versprochen und man bekommt einen. Nicht? Also... Also... Gut. Zeige ich euch mal, was es überhaupt für Questen gibt. Ein Slash-IS. Und dann in so einem Skyblock-Menü. Da habt ihr dann... Geht zu deiner Insel. Jetzt gar nicht aufs Bild. Du musst auf deiner Insel sein, um Questen zu machen. Ja. So, dann Liste der Mitspieler. Dann sitzt du dein Home hier. Das wird natürlich jetzt hier nicht funktionieren, was nicht meine Insel ist. Dann dein Insell-Level. Liste der Top-10-Inseln. Habt ihr ja gesehen, dass wir eins und zwei sind. Dann Warpliste. Man kann sich auch teilweise zu manchen Inseln hinwarpen. Oder sprich, man kann selber seinen eigenen Insel-Warp erstellen. Dann gehe zum Spawn. Was auch ziemlich interessant ist, um Sachen zu tauschen. Hier kann man sein Biom, was man auf der Insel hat, man hat jeweils ein Biom. Das geht jetzt nicht. Ich müsste hier auf meine Insel zurück. Könnte man sich dann dementsprechend... sein Biom so einstellen, wie man es haben möchte. Im Dunkel hat man, was weiß ich, wachsen die Tropenbäume besser. In der Savanne, was weiß ich, spawnen die Spawn-Spawnd wieder das und das mehr. Oder steht man auf dunklen Wald, dann hat man mehr Hexen, die spawnen. Jeweils für die jeweiligen Christen interessant sein könnte. Muss, aber könnte. Schiebes Questbuch. Habt ihr dann die ganzen Sachen, die man so machen kann. Blaser. Holger Glas war hier eine Zeit lang richtig teuer gewesen. Naja, so ganz günstig ist es immer noch nicht, ne? Immer noch nicht, aber es ist mittlerweile... Yeah. Wenn man dementsprechend die Sachen zusammen hat, dass man an Eisen kommt, sagen wir mal so. Bei Eisen geht es eigentlich ziemlich gut. Dann hier Backe Brote. 21 Brote. Da kriegt man was für. Alles, was ihr jetzt hier seht, das sind jetzt nicht die Sachen, die ihr beim ersten Mal kriegt, sondern das sind jetzt nur noch Sachen, die... Da steht ja auch extra Wiederholung bei. Was es so alles gibt zum Maler. Da müsste Kaktus... Ja, Kaktusgrün herstellen. Hier dann hier zum Beispiel ein Setzling von jedem. Da kriegt ihr dann die verschiedenen Bäume, die es vorgibt. Tiermacher. Da gibt es zwei Tonblöcke. Armer. Ein Stack Bruchstein. Das ist gut für Leder. Ich brauche nicht alle anderen und eure Tiere töten oder so. Samenbank. 67 Melonen von allem und so weiter und so fort. Wildsuppen. Munster. Ernte ein Stück von jedem. Sonst sowas und so weiter und so fort. Auf eine Quest, die ist bei mir noch nicht freigeschaltet, weil ich habe bisher eine Quest noch nicht gemacht. Das war... Den Villager, die habe ich nicht gemacht. Du hast zwei noch nicht gemacht. Zähl doch nicht. Ja, ich sage es. Ich habe zwei noch nicht gemacht. Ja, ja. Das habe ich noch nicht gemacht. Das ist nur der Faulheit wegen. Gut, man muss natürlich auch dazu sagen. Die 24 Smaragde. Das habe ich noch nicht eingesetzt. Die zwei Quests, die du da jetzt, ich sage einfach mal, nicht gemacht hast, das sind Quests, sage ich mal, die für... Ja, ich sage einfach mal, für uns im Moment ein und für sich absoluter Blödsinn sind, weil... Ich weiß nicht, bei der Quest, was kriegst du bei den Smaragden? 16 Diamanten für... 64 Smaragde, ne? Wer sich hier auf dem Zauber ein bisschen umschaut, wird feststellen, man kommt... Man kann mit diesen Smaragden viel mehr anfangen, als da nur 16 Diamanten für zu kriegen. Wie war das, was kriegst du? 640, ne? 640. Für den Preis kriege ich 640 Diamanten, wenn ich jetzt drauf anlege. Nur damit ihr wisst, warum ich diese Quest nicht mache. meiste jetzt nicht hier knapp 600... Ne, ja doch, 624, ne? Ja doch, 624 Diamanten in... Ja, ne, aufs Spiel, nur um 16 Diamanten für zu kriegen, weil sowas blödsinnig ist. Na ja, gut, mal ganz davon abgesehen, die Bling-Bling... Ich habe sie abgeschlossen, äh, die Wiederholung ist noch sinnvoller, weil du kriegst für die Wiederholung Christo 3 Goldbarren. Oh! Na? Also, das ist so richtig lohnenswert. Ne? Also, wer sich diese Quest-Belohnung einfallen lassen hat, äh, bin ich ganz ehrlich, sollte man wirklich mal auf den Geisteszustand untersuchen. äh, das ist absoluter Hammer. Ne? Teilweise, äh, ich sag mal so gut hier zum Beispiel Samenbank, das macht noch einen Sinn, man kriegt Erde, die 20 Ranken sind eigentlich auch absoluter Blödfug. Ne? Für den Steinmetz hier, die, äh, Steckbruchstein, also Cobblestone, einen Leder, macht noch einen Sinn, ne? Ja. Aber ansonsten sind viele Sachen dabei, alleine die 15 Enderperlen in der Wiederholung, einen Goldbarren und eine Lohnenrute, hallo? Äh, für einen Goldbarren und eine Lohnenrute gehe ich kurz ins Nether. Äh, ne? Da brauche ich nicht 15 Enderperlen für zu farmen. Das stimmt. Das stimmt allerdings. Mal davon ganz abgesehen, was war es? Ich glaube, ab Insell Level 75 war das, glaube ich, ne? Wo man die, ähm, Dings bekommt, die Obsidians. Glaub schon. Ich glaube, ne? Sobald Insell Level 75 erreicht hast, äh, gibt's, äh, meine 10 Obsidian. Und damit kann man sich dann also ganz bequem das Nether-Tor bauen. Und, äh, ja gut, einen Feuerstein kriegt man auch relativ einfach über, ich glaube, Holzkohle gibt's Kies. Und, äh, ja, den Kies baut man halt, so lange mit der Schaufel ab, bis ein Feuersteinbau ausdroppt. Also, weniger das Problem, dieses, äh, äh, Nether-Tor, sag ich mal, zu aktivieren, ne? Sind. So, aber, ich hab euch jetzt, glaub ich, sowas, eigentlich fast alles gezeigt. Das müsst ihr euch eigentlich sowas, äh, vielleicht haben. Warum ich jetzt Hände gesetzt hab, hat zum Beispiel auch noch einen Grund. Ich musste feststellen, meine Golems sind faul. Sehr, sehr faul. Ihr seht, hier ist ein Slime, da sind zwei Golems. Sie sehen sich für alles, nur nicht für Slimes. Ja doch, der eine, aber da kommt die nicht dran. Da hinten an Zaun steht. Ja, bei mir schmeißen sie über den Zaun und dann haben sie das Problem, dass sie nicht mehr rankommen. Aber, dafür sind die eigentlich gedacht. Deswegen hab ich hier überall Zäune gesetzt, um den Slime zu erschlagen. Hier kann man sowieso nicht hinterherlaufen. Der ist zu langsam. Deswegen hab ich die so ein bisschen verteilt. Müsste so, um die zehn Golems hab ich hier, glaub ich, umlatschen. Problematik ist halt dabei immer noch, man muss es alles wieder selber zusammensammeln. Ja. Du könntest natürlich, ich mein, gut, ich weiß jetzt hier bei mir, weiß ich zufällig ganz genau, das, wo ich die beiden Golems sitzen habe. Da ist genau definitiv ein Slime Chunk. Das heißt, die spawnen hier bei mir in einer, in so einer Ecke drin, immer wieder. Ich war jetzt am überlegen, ob ich einfach in die Ecken einfach Wasser setze. dann spülst zumindest alles, ich sag einfach mal grob in die Mitte. Ja, dann ist die Fläche auch nicht mehr so begehbar. Ja, gut, du müsstest jetzt rein, theoretisch, könntest du Trichter setzen in der Mitte, machst Teppich drauf und, oder einmal außenrum, machst Teppich drauf, dass du da nicht selber reinfällst, machst eine Kiste dran, bräuchte es den Schleim nicht mehr zusammen sammeln. Ja, aber ich sage mal so, ein bisschen in den unteren Regionen rumgelaufen, hat man schnell so viel Slime zusammen. Für Sticky Pisten braucht man ihn eh so gut wie gar nicht. Ich glaube, ich habe drei Sticky Pisten bis jetzt benötigt bei mir und ansonsten normale Pisten und ansonsten tauscht man das Ganze halt einfach nur ein gegen Redstone, um die Schaltungen für die Automatisierung zu machen. Das stimmt. Was ich euch jetzt noch verraten kann, wie man an ganz viel Erde beziehungsweise Gras kommt. Hier ist das Wichtigste ist eigentlich, ihr müsst eine Enchanting Table haben, Beispielen Zaubertisch müsst ihr haben, definitiv. Dann müsst ihr so lange verzaubern, bis ihr Behutsamkeit rauskriegt. Mit der Behutsamkeit geht ihr an eure Grasfläche, die ihr ganz zu Anfang habt. Beziehungsweise ihr räumt einfach mal 32, ihr räumt 32 Gras ab. Geht zum Spawn. Den Spawn zeige ich euch jetzt nicht mehr, weil mir das Video jetzt definitiv schon wieder lang genug ist. Den nächsten Video vielleicht noch. Und tauscht die da bei den Kiebern, oder sprich bei den Vildajan, die es da gibt, tauscht die die gegen Erde aus. Da gibt es für 32 Gras. 40 Erde. Dementsprechend macht ihr einen Schnitt von plus 8. Lasst diese Erde, setzt diese Erde wieder. Wartet, bis die wieder zu Gras geworden ist. Macht die ganze Schose wieder. Macht die irgendwann mal bis hier richtig große Grasflächen. Wie wir das mittlerweile haben. Wichtig dabei ist einfach nur, dass ihr ein Gras überlasst. Das ist natürlich die Hauptvoraussetzung. Also nicht alles abfahren, weil es geht oder so, sondern wirklich ein Gras überlassen, denn nur wo Gras ist im Skyblock, kommt auch Gras dazu. Das heißt, wenn es eine Erdefläche ist, Blatt ist es für immer eine Erdefläche. Vöcken stehen hier bewusst, damit hier nicht so viele Mobs spawnen, weil das ist teilweise mehr als nervig, wenn auf einmal die ganzen Mobs kommen und ihr dann die ganze Zeit nur am Krieg führen seid gegen die. Deswegen habe ich euch auch jetzt, wo es jetzt gerade dunkel ist, keine Mobs auf der Insel. Na gut, aber trotzdem. Soll es jetzt bei mir hier für dieses Video erstmal wieder gewesen sein. Ich bin gerade mal am Erde farmen. Ich werde das nochmal machen. Ich werde nochmal eben schnell zum Spawn gehen. Mach du das? Ich für meinen Fall werde mich jetzt trotzdem verabschieden. Ich sage danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es war informativ für euch. Mal gesehen, was wir so tun. Ich meine, wir quälen euch ja noch nicht unbedingt so mit Bauvideos, es sei denn, wir haben da wirklich irgendwie ein großes Bauprojekt, was wir realisieren. Aber hier ist Skyblock, ich sage mal so, das kann sich jeder so ein bisschen selbst verwirklichen. Ist nicht schwer, wer die Regeln vom Skyblock ein bisschen einhält, sprich die Questen macht oder so, kommt da sehr schnell selbst hinter. Wieder so manche Sachen funktionieren. Irgendso, selbst wir beide sind hier letzte Zeit abends eigentlich mal öfter zum Zufinden. Sprich, wer immer hierfür interessiert, einfach mal sich den Server suchen. Das ist das letzte sage ich euch jetzt, ich weiß nicht, ob ich die auch noch einblende, weiß ich noch nicht. Das ist mc.hiderocks.me, ne? Kann das sein? Ich glaube ja. Ich glaube auch. Und wenn, dann einfach mal suchen, ist es auf jeden Fall, oder beim Donkey vorbeischauen. Donkey Kongi, ich meine, du machst jetzt keine Werbung für andere YouTube-Kanäle, aber der hat das mal nicht bei sich auch in der Beschreibung drin, beziehungsweise kann auch sein, dass man es auch so irgendwo bei Dr. Google findet, ich weiß es nicht. Also ich sage mir ein paar schöne immer so, ich sage mal, wir kommen ja nun an und für sich von einer Megaprojekte-Ecke. Für uns gibt es keine Serverwerbung in dem Sinne, weil der Server von mir eh whitelisted ist, sprich, kein Public-Server ist, somit, da ich sage einfach mal nur ausgewählt oder ausgesuchte eh drauf kommen und deswegen dieses hier ist an und für sich so, für mich ist es persönlich ein bisschen Zeitvertreib, wenn ich gerade mal wieder so eine kreative Müllphase, sage ich jetzt einfach mal, habe, denn, ich sage mal, es ist reichlich noch zu tun, auch im Megaprojekte-Server, weil, naja, ihr wisst, bei mir zum Beispiel, ich habe das Horrorhaus angefangen und momentan gar keine, aber wirklich gar keine Idee, wie ich dieses Haus innen drin ausbaue. Also, wenn irgendwelche Ideen und Vorschläge sind, das Ganze soll realisiert werden, da drin, beispielsweise mit einer Minecart-Bahn. Das heißt, dieses Horrorhaus wird an die Minecart-Bahn angeschlossen. und, ja, die Einfahrt habe ich bereits gemacht, die ersten, ich sage mal, anderthalb, zwei Minuten im Haus sind auch schon soweit erledigt, aber, ja, das ungefähr, na, 95% im Haus sind noch frei. Na, also, da habe ich momentan so eine kreative Nullphase und deswegen bin ich an und für sich hier sehr oft abends auf dem Skyblock-Server auch anzutreffen, wie ich Stefan eigentlich auch. Ja, genau. Na gut, aber das soll es jetzt trotzdem von meiner Seite gewesen sein, weil das Video ist jetzt knapp 40 Minuten lang. Naja, besser wie nix, ne? Besser wie nix, genau. Trotzdem mal danke fürs Zusehen und an dieser Stelle raus. Ja, ich sage mal, danke, ciao, macht's gut. Wir wissen das nächste Mal, tschüss. Tschüss.